Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man einen Geschirrspieler einbauen und somit natürlich auch die Spülmaschine in der Küche richtig anschließen kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In einem extra Video habe ich die alte Spülmaschine meines Schwiegereltern ausgebaut und möchte jetzt natürlich auch noch diese neue hier von Miele wieder richtig einsetzen. Das Ganze funktioniert natürlich bei anderen Herstellern und vor allem auch mit dieser Frontplatte vorne relativ ähnlich. Zuerst einmal sollten wir den sogenannten Rasenschutz von unten an unsere Arbeitsplatte anbringen. Dies hat einfach den Sinn, dass er unsere Arbeitsplatte vor dem heißen Wasserdampf beim Öffnen später schützt und somit die Arbeitsplatte auch nicht aufquillen kann. Ich lasse einfach mal dieses alte Blech mit dran, das sollte auf jeden Fall passen. Falls du jetzt aber auch diese neue Schutzfolie zum Beispiel anbringen möchtest, dann einfach mal hier oben hinhalten, schauen, dass es hier vorne bündig ist. Bei mir würde es lustigerweise genau passen und falls nicht, könnten wir natürlich hier außen das Ganze auch noch auf beiden Seiten mit einer Schere einfach einkürzen. Danach geht es darum, dass wir die Trägerfolie hier in der Mitte einmal abziehen. Dann können wir das Ganze nämlich schon in der Mitte auch leicht fixieren und dann geht es am Ende darum, dass wir natürlich auch die große Trägerfolie noch abmachen und den Schutz von unten vollflächig anbringen. Falls ein neues Gerät übrigens eine Lichtstatusanzeige hat, dann müssen wir hier vorne auch noch ein weißes Kunststoffteil mit anbringen, was da normalerweise mitgeliefert werden muss. Bei mir ist das nicht der Fall, weswegen ich es weglasse, aber da muss man eigentlich nur darauf achten, dass wir natürlich hier vorne so eine kleine Einkerbung haben und wir das Ganze auch dementsprechend richtig rum ankleben müssen. Wenn der Schutz richtig angebracht ist, können wir auch mal diesen Eisenwinkel hier schon richtig vorne einsetzen. Dafür haben wir hier vorne nämlich so ein kleines Loch, geben einfach mal die Nase hier hinein und da können wir später nämlich auch die Maschine von unten an die Arbeitsplatte festschrauben, dass das Ganze natürlich auch nicht vorne überkippen kann. Auf der Rückseite können wir diesen Draht hier oben auch schon mal ganz einfach aufmachen und somit dann auch unsere Schläuche bzw. den Stromanschluss entzwillen. Gebe diese von der Nische einmal unter der Küche hier hinten durch, sodass hier am Ende bei unseren Anschlüssen meist unter der Spüle alles sind und jetzt können wir eigentlich auch schon Anschluss für Anschluss richtig anbringen. Für unseren Aqua Stop Schlauch haben wir normalerweise so ein spezielles Kombieckventil und da können wir auch mal den Anschluss ganz einfach hier unten herstellen, indem ich das Ganze im Uhrzeigersinn schon drauf schraube. Hierbei schaut man übrigens das Gewinde von unten an, bedeutet einfach, wenn ich von oben drauf schaue, dann drehe ich natürlich gegen den Uhrzeigersinn. Bedeutet erst einmal mit der Hand schon etwas festdrehen und dann braucht man normalerweise auch keine Wasserpumpenzange, da ich jetzt einfach schaue, dass ich hier unten dieses Bauteil mal noch auf diese Seite hier rüber drehe und jetzt geht es darum, dass ich das mir als Hebel benutze. Bedeutet, ich halte jetzt auch hier oben die Überwurfmutter und dieses Bauteil hier unten fest und drehe beides gleichzeitig mit, wodurch der Anschluss hier oben auf jeden Fall fest genug sein sollte. Für den Abwasserschlauch haben wir normalerweise auch einen speziellen Anschluss bei unseren Siffen und da ich hier oben einfach so schwer hinkomme, kann ich jetzt auch das Ganze einfach mal hier abdrehen und dann schließe ich es auch schon draußen zusammen. Hierfür muss ich zuerst unbedingt die mitgelieferte Schlauchstelle mal auf den Schlauch hier vorne drauf geben und dann kann ich den Anschluss auch schon mit etwas Schmackes hier weiter hineingeben. Das sollte bei mir auf jeden Fall reichen und jetzt geht es nämlich darum, dass wir diese Schlauchstelle einfach mal mit einem passenden Schraubendreher beziehungsweise natürlich auch mit einem Steckschlüssel hier fest machen können. Bei mir schaut es gut aus, den Anschluss kann ich auf keinen Fall mehr rausziehen und jetzt bitte aber nicht beim Anschließen noch diese Gummidichtung hier oben vergessen. Auch hier sollte handfest normalerweise vollkommen ausreichen. Auch das Stromkabel kann ich mal in die entsprechende Steckdose hineingeben, kann übrigens auch sein, dass du einfach ein Verlängerungskabel unter deinem Geschirrspüler später hast und bevor ich es vergesse, drehe ich natürlich jetzt auch noch das Kombi-Eckventil hier schon mal komplett gegen den Uhrzeigersinn auf und dann einfach etwas wieder zurück, dass es sich über die Jahre auch nicht so schnell festfressen kann. Und da gerne auch jetzt schon mal grob überprüfen, nicht, dass das Wasser hier oben sofort rausläuft. Jetzt geht es mal darum, dass wir unsere Spülmaschine Schritt für Schritt in die Nische hineinschieben und aber auch regelmäßig die Schläuche hier hinten weiterziehen. Das hat einfach den Sinn, dass natürlich unsere Schläuche somit auch nicht hinten in der Küche knicken können. Gerne auch eine zweite Person hinzuholen. Die Spülmaschine passt auf jeden Fall grob und jetzt wäre auch ein super Zeitpunkt, dass wir mal unsere Frontplatte nach Anleitung, wie in einem extra Video gezeigt, mal einbauen. Denn nun geht es einfach darum, dass wir natürlich die Maschine noch deutlich höher bringen. In meinem Fall möchte ich einfach, dass sie hier rechts oben auch bündig mit der Schranktür bzw. hier oben bündig mit der Schranktür ist. Und man kann aber auch natürlich gerne einfach eine Wasserwaage nehmen und das Ganze einmal zum Beispiel hier unten hinhalten. Außerdem sollten wir natürlich schauen, dass die vorderen und auch die hinteren Füße in etwa gleich weit nach oben gebracht werden. Nicht, dass am Ende die Maschine irgendwie nach vorne überkippt. Das Ganze kann man übrigens auch relativ gut kontrollieren, indem man einfach mal zum Beispiel eine lange Wasserwaage über unsere Küche drüber hält und schaut, dass das Gerät natürlich hier auch wirklich oben und unten schön bündig abschließt. Bei meinem Modell habe ich die Möglichkeit, die hinteren Füße mit einer Schraube hier vorne zu verstellen. Bedeutet, ich muss einfach mal mit dem passenden Schraubendreher hier hineingehen und wenn ich das Ganze jetzt im Uhrzeigersinn drehe, dann gehen die Füße auch schon hinten hoch. Kann natürlich auch sein, dass du aber trotzdem unter die Küche bei deinem Modell mit so einem passenden Gabelschlüssel kriechen musst. Auf der linken Seite können wir natürlich dasselbe Spiel auch machen. Um die Füße hier vorne anziehen, kann entweder ich und eine zweite Person mal die Spülmaschine jetzt etwas nach oben heben und wir können es normalerweise auch schon per Hand rausdrehen. Oder wir nehmen einen Schlitzschraubendreher und hast normalerweise auch solche kleinen Einkerbungen in den Füßen drin, wodurch sich das Ganze nochmal viel besser drehen lässt. Das Einstellen braucht einfach seine Zeit und jetzt am besten mal die Spülmaschine noch ganz einfach aufmachen und kontrollieren, ob die Tür natürlich auch super aufgeht und nicht irgendwo an der Seite außen schleift. Denn dann müssen wir natürlich nochmal etwas nachjustieren. Bei mir schaut es super aus, weswegen ich das Gerät auch schon mit vier solchen Schrauben einmal an den Seiten einer Küche befestigen kann. Und für oben haben wir diesen Eisenwinkel angebracht. Da benutze ich einfach die Schraube und drehe das Ganze in der Arbeitsplatte fest. Falls es stört natürlich gerne auch den entsprechenden Korb entfernen. Wenn du mit dem Akkuschrauber nicht so geübt bist, dann doch lieber einen Schraubendreher verwenden. Nicht, dass die Schrauben durchdrehen und danach können wir auch schon vier solche Plastikclips für die Optik mal noch bei unseren Schrauben einsetzen. Zum Schluss unsere Sockelleiste wieder einsetzen. Normalerweise sind die einfach geschraubt bzw. geklipst und dann gerne nochmal überprüfen, ob der Geschirrspüler auch ohne Probleme aufgeht. Falls er hier irgendwie spießen sollte, müssen wir natürlich hier unten etwas weiter ausschneiden. Und somit haben wir unsere Spülmaschine auch schon richtig angeschlossen. Vor dem ersten Spülvorgang vielleicht nochmal in die Betriebsanleitung schauen, auf was man bei dem Modell achten sollte. Und beim ersten Testdurchlauf gerne nochmal unter die Spüle drunter schauen. Nicht, dass da irgendetwas undicht sein sollte. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch einen Akkuschrauber, einen neuen Geschirrspüler oder natürlich auch Zubehör wie zum Beispiel einen Schlauch oder eine Verlängerung zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken. Du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.